jo 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 freunde was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen shop oder neue shop premiere auf meinem kanal ich hoffe euch geht's gut gleich haben wir auf jeden fall den neuen shop mal gucken was schönes reinkommen wird falls ihr neu seid lasst gerne ein abo und ein like aktiviert die glocke um nix zu verpassen und gibt sehr gerne mein creator code hängt wie 049 im shop ein danke für den support die lieben heute habe ich mal die farbe turkise ausgesucht schreibt gerne in die kommentare welche frage wir als nichts nehmen und neuer shop less go was haben wir hier schönes was neues auf jeden fall zeit zu tanzen neuer emotive 500 leider copyright leider copyright haben wir hier les in zwei verschiedenen stilen einmal standard und einmal mode plus berg bringen und teddy bear auf am rücken 1500 das ganze leben dann haben wir paradox ein skin den ich nicht so mag das berg bringt für 1500 dann haben wir hier als sicht pgx sehr sehr nice auf ihr fall kann man sich auf jeden fall gönnen für 800 wie wachs enge gleiter wo auch nichts besonderes für 500 neuer tanz auf jeden fall für 500 so sprung wurf wenn ich es kennt basketball skin 1200 dann haben wir die weibliche variante für 1200 und auf jeden fall cooles scans haben wir hier mal so ein basketball korb slam dank als pgx für 800 enge gleiter korb zeit für 1200 hört sich auch auf jeden fall nice an ball talent 500 cooler emot was haben wir hier noch sandhai fahrerin in zwei verschiedene stilen 800 dann haben wir tech kommando ja kein schöner skin meiner meinung nach plus berg bringen für 1200 das ganze dann haben wir hier einmal sich ein sicher schläger für 800 hört sich auf jeden fall nicht schlecht an alle pastisch für 500 zum fortbewegen dann haben wir hier eine lackierung für 500 haben ändern sich sehr sehr nice ist cool hat was auf jeden fall davon watscheln für 200 auch zum fortbewegen so das paket ist noch drin mit der neue busch ranger paket von brei lassen das war es auf jeden fall vom shop ihr lieben schreibt gerne in die kommentare wie den heutigen shop so findet und welche farbe wir als nächstes hier im raum haben möchten was ihr neu seid lasst gerne noch mal ein abo und ein like aktiviert die kommen nichts zu verpassen und tragt sehr gerne mein kräfte code hängt wie 0491 danke für den support die lieben danke dass ihr da wart ich wünsche euch allen eine gute nacht bis morgen die Vielen Dank.